Dieser Schuh hier, beziehungsweise der High Zip oder die High Zip Modelle, die kam schon 2018 raus und so wie es aussieht nur auf dem asiatischen Markt, weil wir hier in Europa haben diese Schuhe eigentlich nicht bekommen beziehungsweise kennen wir sie nicht wirklich. Auch diverse Sneaker jetzt, die ich gefragt habe und die normalerweise jeden Jordan kennen, kennen diesen Schuh nicht. Der Schuh als er rauskam kostete 150 Dollar, beziehungsweise weil es ja ein High ist, würde er wahrscheinlich bei uns 175 Euro kosten. Und ich kam wirklich nur aus Versehen auf diesen Schuh und zwar, weil ich mir ein paar E-Skate-Videos angeschaut habe und einer von den Jungs, die halt so ein E-Skateboard gefahren sind, welches ich kaufen wollte, hatte Olive Jordans an, die ich euch gleich auch noch zeigen werde, weil die habe ich gerne an. Und ja, ich kannte das Modell nicht und vor allem, was mich gleich gewundert hat, war, ich habe keine Schnürsenkel gesehen. Fand ich mega geil. Klar, und dann habe ich natürlich lang gegoogelt und den Oliven habe ich in Tschechien bekommen für, ich glaube, 120 Euro. Ich habe danach etwas länger gesucht. Es gibt viele andere Farben bei diesem Schuh. Ich habe einen Oliven an, den ich vorstellen werde und hier ist so wirklich die Farbe, wie ich sagen muss, die am krassesten reinhaut. Und den Schuh habe ich bei StockX geschossen. Und der Colorwear heißt White University Red. Wie gewohnt, Jordan Boxen, schwarz mit einem goldenen Jumpman drauf. Und das hier ist natürlich meine Größe, weil den Schuh werde ich ja tragen. Und so sieht der Kollege aus. Schaut euch das mal an. Yes. 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 Was krass ist, der Klebergeruch verfliegt wohl nach ein paar Jahren, weil dieser Schuh hier riecht wirklich ziemlich stark nach Leder. Es ist auch ziemlich krasses Leder an diesem Schuh, er riecht sehr wenig nach Kleber, wie man normalerweise von den ganzen Jordan 1 Modellen gewohnt ist. Und das hier ist das geile Feature, der Reißverschluss. Wow, fangen wir mal an. Also wir haben hier natürlich der Schuh, weil es ja der Callaway White University Red ist, ist weiß-rot. Wir haben ein unglaublich weiches, weißes Leder auf diesem Schuh. Das ist echt krass, wie sie sich das reindrücken lassen, wie es halt so direkt falten wird, vor allem auch das Geräusch. Wir haben im Zipper-Bereich, haben wir weißen, dicken Stoff. Der Zipper selbst ist schwarz. Wir haben, und was ja wirklich ziemlich geil ist, so ein Detail hier, das heißt, wir haben hier so einen Tag, wir haben hier so einen roten Tag, wo Nike Air draufsteht. Der Schuh lässt sich übrigens auch so tragen, also komplett offen mit diesem Zipper, was echt geil ist. Wie gesagt, wir haben weißes Leder hier, es ist ja ein High und das ist nochmal so eine Sache. Deswegen ist das Leder wahrscheinlich auch so weich, weil es ein High ist, weil die Highs haben einfach mal viel bessere Materialien wie sollen mit. Wir haben gelochte Swooshes auf diesem Schuh, rechts und links, wie ihr hier sehen könnt. Und wir haben weiß auf weiß unser Nike Air Jordan Logo hier an der Seite. Die Lasche hier zum Einsteigen, die ist natürlich auch komplett aus Leder, also sehr hochwertig, alles super toll verarbeitet. Die Einlagesohle bei diesem Schuh, sie ist schwarz, da ist ein weißer Jumpman drauf. Ich werde es jetzt nicht rausholen. Wie bei allen Jordan 1 High Modellen ist sie geklebt und danach bekommt man sie nicht wieder rein. Die Midsole, die ist weiß, beziehungsweise sie ist beige. Ich gehe davon aus, ihr könnt das erkennen, was wirklich geil aussieht. Und das ist natürlich auch mega, dass die Sohle dann, die bekannte Jordan 1 Sohle, rot ist. Was dem Schuh einfach diesen perfekten Two-Tone Look gibt und dieser Tag hier in rot passt einfach auch perfekt zu der Sohle. Mega, also der Farbmix, krass, echt mega. Nochmal kurz zu der Cushion, es ist ein Jordan 1 High, das heißt, wie gewohnt ist natürlich eine Air Unit hier hinten verbaut. Die merkt man natürlich nicht, die ist ziemlich klein, aber who cares, es ist ein Jordan 1. Ich würde sagen, jetzt ist mal Zeit, in diesen Schuh hier reinzuspringen und den mal auf dem Fuß zu sehen. Schuh hier reinzuspringen. Wie erwartet ist der Schuh brutal bequem, speziell wegen diesem Leder hier. Ich habe die Größe 44, das ist die Größe 44, er passt mir auch True to Size. Eins müsste ich aber sagen, wir sehen ja jetzt hinter mir gerade hier zum Beispiel Jordan 1 Modelle, also normale High Modelle, wie diesen JP hier, den ich auch reviewen werde. Also die normalen Jordan 1 High Modelle, die sind vorne etwas breiter. Und die Jordan 1 Mid, die sind hier vorne im Ballenbereich enger. Dieser hier fällt eher wie ein Mid aus, also nicht wie ein High, wo vorne alles breit ist. Er fällt wie ein Mid aus, er hat einfach einen ganz anderen Schnitt. Und wie am Anfang erwähnt, werde ich jetzt euch nochmal einen anderen Colorway präsentieren, also eine andere Farbe bei diesem Schuh. Andere Farbe! Die ihr, glaube ich, auch feiern werdet. Und zwar den Olivenhiel. Die ihr, glaube ich, auch feiern werdet. Und zwar den Olivenhiel. 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 Das ist auch ein Retro High Zip Jordan 1 High. Es ist der gleiche Schuh. Dieser hier ist aber oliv. Wir haben auch ebenfalls so einen Tag hier an der Seite. Dieser ist aber schwarz. Und was natürlich bei dem noch ein bisschen anders ist, hier haben wir Nubuk Leder. Es ist nicht so weich wie bei diesem weißen hier. Das ist wirklich echtes Leder. Das ist Nubuk. Was aber wirklich zu sagen ist, wir haben hier zwei Schuhe auf dem Tisch. Die sind beide wirklich top verarbeitet. Die Schuhe sind wirklich gut. Die sind richtig gut verarbeitet. Und auch der hier hat nicht nach Kleber gestunken. Release date war auch 2018 bei diesem Schuh. Nochmal kurz zu den Details. Auch der hier hat natürlich dann diese gelochten Swooshes an der Seite. Und wir haben natürlich auch unser bekanntes Air Jordan Logo an der Seite. Bei dem hier ist es in schwarz. Hier ist es auch zu sehen. Bei dem anderen, wie gesagt, ist es weiß auf weiß. Da sieht man es einfach nicht. Sohle ebenfalls die gleiche. Hier haben wir diese Gumsohle in diesem Rubber-Gum-Design. Und hier war sie natürlich dann rot. Was sagt ihr? was haltet ihr von diesem crazy schuh habt ihr diese zip modelle gekannt haut mal gerne die kommentare ob das für euch jetzt ja auch hier neu war wie für mich vor ein paar monaten ich schaue mal dass ich unten was verlinkt aber die findet fast alle colorways noch recht günstig weil der hat mich jetzt also ja das habe ich gar nicht erwähnt den schuh habe ich bei stock x für andere retail bekommen das heißt ich habe glaube ich für den inklusive gebühren ich glaube 135 140 euro bezahlt die preise ziehen aber aktuell an schaut mal rein es gibt echt viel mehr colorways vor allem auch diesen diesen komplett roten vogue colorway der schuh liegt aber schon bei drei vierhundert euro wenn ihr neu auf diesem kanal seid lasst mir bitte auch ein abonnieren für heute sind wir fertig vielen dank macht's gut ciao